Und wenn ich es dir sagen würde, würde es nichts ändern und wenn ich es dir nicht sagen würde, würde es nichts ändern. Und wenn ich dich lieben würde, würde es nichts ändern und wenn wir zusammenbleiben würden, würde es nichts ändern und wenn ich meine Sachen packen würde, würde es nichts ändern und wenn ich dich anrufen würde, würde es nichts ändern und wenn ich dich nicht anrufen würde, würde es nichts ändern und wenn ich dich küssen würde, würde es nichts ändern und wenn ich dich küssen würde, würde es nichts ändern und wenn ich dich küssen würde, würde es nichts ändern und wenn ich dich küssen würde, würde es nichts ändern und wenn ich dich küssen würde, würde es nichts ändern. Wenn ich wirklich, wirklich wollen würde, würde es nichts ändern. Und wenn ich jetzt einschlafen würde, würde es nichts ändern. Und wenn ich gehen würde, würde es nichts ändern. Und wenn ich einfach nur am Fenster stehen würde, würde es nichts ändern. Und wenn ich einfach einmal Ja sagen würde, würde es nichts ändern. Und wenn ich dich für einen Augenblick nur verstehen würde, würde es nichts ändern. Pack deinen Koffer und... Und bleib. Bleib hier. Und wenn ich dir vertrauen würde, wenn ich dir... Ich kann dir einfach nicht, ich kann dir einfach nicht. Ich kann dir einfach, oh Gott, ich kann das einfach alles nicht. Und lasst uns einfach alles so lassen, wie es ist. Weltlos, Welt! Habt die Schlossel voll, ist ein kurzer Fall loszuschlagen. Alles kurz und klein zu schlagen. Geht jetzt rein in diese Bank. Schlappt euch den erstbesten Scheißbänker, nehmt seine Scheißfresse und schlagt ihr auf seine Scheiß-Schalterablage. Und dann lasst ihr diese scheiß wertlosen Vorderlagen fressen. Und dann nehmt ihr seinen Kopf und schaltt ihr euch das Scheiß-Wärme-Plakat, das seine E-Mail- und endlose Rendite verspricht. Und wenn ich nicht so clever gewesen wäre, dafür zu sorgen, dass ihre Regierung und ihnen all ihre Verluste einfach wieder zurücküberweisen würden, über sogenannte Rettungsschirme oder Notfallfonds, dann wären wir diese ganzen nutzlosen Schweine endlich los! Dann würden die da liegen, kraftlos und um Hilfe schreien und würden langsam in ihrer Geld und ihrer Blödheit ersticken. So endet nun also das letzte Kapitel von Stefans Buch, Das Geld lebt lieber ohne uns weiter. Und es ist nun doch so eine Art Erzählung oder Kurzprosa geworden. Eine Art Essay oder Textsamling. Es konnte sich nie so richtig auf eine Form einigen. Denn jedes Kapitel verlangte immer wieder nach einer neuen Schreibweise. Und die Wut war da und verlor sich wieder. Und am Ende lag er da. Ruhe. Das hier. Das hier. Das hier bin ich. Mein Leben. Mein Leben. Jetzt. Hier. Hier. Alles kommt zu einem Stillstand. Alles kommt zu einem Stillstand. Und ich weiß nicht, wohin ich mich von hier aus bewegen werde. Sleid headache. 2 a.m. All calm. Not sure in which direction I want to move from here. 27. Stock. Hohe Glaswände. Full protection. All my life. Es gibt Menschen, die mich treffen wollen. Aber ich will niemanden sehen. 27. Stock. Hohe Glaswände. Alles still. Kein Geräusch dringt nach hier oben. I could be anywhere, but I'm not. Das Wasser bewegt sich nicht mehr. 16 Millionen Menschen. All of this is bigger than I will ever be. All of this is bigger than I could ever be. Alles ist so sicher geworden in den letzten Jahren. Es ist alles so sicher geworden. I'm guided by this electronic navigation system that tells me exactly where to go. Guides me from outer space to absolute precision. See you later. Study the Pot. All of this is good. My word goes to the Smartphone. Watch out. See you later. Let me continue your circulation. Vielen Dank.